Folge Nummer 61 von Avorion. Ja, wir schauen jetzt hier mal in das Dingens-Ausrüstungs-Dock nochmal rein, gucken was die haben. Quantum-Überum, Geschützturm. Okay. Quantum. Ja komm, lass mal andocken. So ein paar Sachen nehme ich jetzt noch mit, hatte ich ja gesagt. So, Ausrüstung handeln, Geschütz-Kontrollsystem, ja. Kaufen wir. Das wollten wir noch haben, das verbesserte Handelssystem nehmen wir auch mit. Hier sind noch Standard-Handelssysteme. Und das nehmen wir auch noch mit. Ja, der Thomas hat natürlich geschrieben, ich bin wieder im Kaufrausch und so, ne, ist klar. Leider können wir den nicht kaufen. Und warum will ich kämpfen? Ja, ich will kämpfen. Ich will auch tatsächlich auf kurz oder lang die Piraten ja auch angreifen und die Missionen dann weitermachen. Dafür brauchen wir ja auch Waffen, das ist ja auch da, ne. Und, äh, ja, Titan-Air-Bergbau. Komm mit. Dreifach-Machinenschlüssel, Gravitationsgeschütz und Doppel-Laser. Da ist jetzt nichts mehr und der Rest, der, ja, irgendwo war, Rekonstruktionsmarke, kann ich auch noch kaufen, klar. Und das Schiff wieder bauen. Ja, haben wir das nicht schon gemacht? Ich weiß es jetzt nicht, aber ist auch jetzt nicht so wild. So, das haben wir geguckt. Jetzt schauen wir mal auf die Karte, wo ist eine Forschungsstation? Ist gleichzeitig auch hier im Sektor? Ja. Dann können wir dann hier die Forschungsstation suchen. Und vor allem anfliegen. Und dann wollen wir mal gucken, was wir daraus machen, dass wir was Besseres kriegen. Noch ein paar Teile aufwerten. Ja, knapp vorbei, ne. Gibt's hier was zum Docken? Da, oder? Na super, hier gibt's nix im Docken, nur auf der anderen Seite. Und der andere Port da, der ist belegt von dem Typen da. So, dann wollen wir mal schauen, forschen. Äh, ja. Wir fangen mit dem billigen Zeug an. Da muss ja jetzt was Besseres dann rauskommen, ne? Ein grüner kommt da raus, das ist doch schon mal was. So, dann den nächsten. Und forschen. Der hat nur 13%. Schade. So, jetzt haben wir hier keinen mehr, ne? Jetzt können wir dann... Den da reinschmeißen. Den da auch. Und den da auch. Und jetzt kriegen wir einen blauen, selten. Sprungreichweite plus 3, 14% wiederaufladbare Energie. Und jetzt müssen wir noch gucken, dass wir vielleicht... Kommen wir noch einen hin? Ja. Und der ist auch so. So, jetzt haben wir leider nur zwei davon. Ne, vier sind's. Einer fehlt mir. Hä. Gibt's nur einen grünen, ne? Ne, schade. Kann man das anders machen? Indem man jetzt was anderes reinsteckt. Strom mit reinpacken. Ah, außergewöhnlich. Aufladerate 31%. Der hat mir jetzt nicht so viel gebracht, oder? Ah, jetzt haben wir eine Batterie abgeregt gekriegt aus den... Das gibt's doch gar nicht, oder? Oh. Aber das ist ziemlich dämlich, oder? Ja, sehr schön. Das war jetzt nicht so doh, oder? So, was machen wir weiter? Hier haben wir Handelssysteme. Reichlich und genügend. So, da haben wir ein grünes von gekriegt. Forschen. Wieder ein grünes. Noch ein grünes. So. Die sind jetzt alle. Jetzt müssen wir die noch auffüllen. Da gab's tatsächlich nur ein grünes raus. Die anderen zurückgesprungen? Nein. Hm, ärgerlich. Naja, so ein 50-50-Joker war das, ne? Und was kommt da jetzt raus? Handelsroute erkennen. Sehr schön. Wenn ich das jetzt noch reinschmeiße. Habe ich noch was mit Handelsrouten da. Aber dann packe ich den wieder raus. Und mache einen vierten davon rein. Und Handelsroutensektoren 1. Handelsroutensektoren 3. Das ist jetzt mal was, was ich haben will. Gut. Das ist jetzt mal ein gutes Ding. So, jetzt brauchen wir das hier noch. Die Bohrer. Ja. Da ist noch ein blauer. Titan. Asteroiden 8. Reichweite 2,88. Eine Seltenheitsstufe auseinander sein nur. Mhm. Das hat ja gut geklappt. Das bedeutet, wir haben jetzt kein fassendes Material dafür. Gut. Vielleicht hätte man rechts klicken können und wäre auch rausgegangen. Ne? Weiß ich nicht. So. Geschützkontrollsystem haben wir dann tatsächlich zu wenig. Eins, zwei, drei, vier. Ah ne, da sind vier Stück. Schütz. Verwunderschütz. Eins, zwei, eins. Verwunderschütz. Ohne umgekehrte Slots. Zwei. Sehr schön. So, das sind zwei, vier. Jetzt sind wir hier, Titan R Bergbau. Dann wollen wir mal gucken, was dabei rumkommt, oder? Tech 18, 70er Effizienz. Das ist eher hier, ne? Ich den jetzt da noch mal rein, Butter. Das ist ein Bauplan, ne? Bergbau-Geschützturm. Schmeißt den auch noch rein. Zack. 79%. Die gehen da auch noch mal rein. Der geht da auch noch mal rein. 76%. So. Jetzt packen wir den da mal rein und den da rein. Dann haben wir hier noch einen Doppel-Bolder-Geschützturm. Flak-Geschützturm, merkbar. Trinium. Trinium. Machen wir den mal. Und jetzt? Geht nicht. Ach, der da ist wieder. Okay. Drei-Fahr-Maschinen-Geschützturm kommt dann da noch mit rein. Und dann gucken wir mal was kriegen. Ja. Tesla-Geschützturm ist es geworden. Schadens-Typ ist Elektro. Reichweite. Ach so, da ist noch mehr. Ja. Tjo. Geschützt-Kontrollsysteme. Mal zwei. Drei. Drei. Vier. Aber wieder mal nur eine Reichweite weiter. Aber hier haben wir fünf. Das interessiert mich doch jetzt brennend, was da rauskommt, ne? Drei. 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 Vier. Bergbau-System, da ist was falsch gelaufen. Schützt-Kontrollsystem vier. Zwei Vierer, drei Dreier. Und? Ein Fünfer. Ja, ist doch gut, oder? So. Was machen wir mit dem blauen ganzen Zeug jetzt hier? Bergbau, Bergbau, Point Defense, Maschinengun, Bergbau, Pulskanone. Komm, da packen wir jetzt erstmal hier noch rein. Dreifach und einen brauchen wir noch. Tesla-Geschützt-Durm. Und? Forschen. Außergewöhnlich. Wieder so ein Tesla-Ding geworden, ne? So ein Scheiß. Ich wollte doch gar nicht Tesla. Naja. Einer ist von dem Zeug noch da. Was haben wir jetzt hier noch für welche? Doppelmaschinengeschützt-Turm. Pack den mal rein. Kanonengeschützt-Turm. Pulskanonengeschützt-Turm. Und? Kann man so ein Geschützkontrollsystem auch dabei packen? Und geht das? Ja, es geht. Gut. Vierfach-Kononengeschützt-Turm. Aus Trinium. Schaden 620. Ich glaube, das Ding ist jetzt gut, oder? Gut. Können wir das einbauen? Ne. B. Zack. Oh, das ist ein Bringer, ne? Ah, da haben wir natürlich jetzt kein Trinium drunter. Das brauchen wir dafür, damit das klappt, ne? Ne? Genau. Haben wir denn was anderes? Tesla-Geschützt-Turm. Aha. Wir haben nicht genügend Slots. Das bedeutet, wir müssen erstmal in das Slot-Ding rein. Und hauen jetzt den da fest eingebaut. Wir sind jetzt am... Wo sind wir denn jetzt hier? Das wird jetzt nicht gut sein, hier das zu machen. An der Forschungsstation. Das können wir nicht machen, dann ist das Ding kaputt. Am Ausrüstungs-Dock müssen wir hin, oder? Da ist eine Kuh. Da ist die Forschung. Da ist es. Fliegen wir gerade nochmal dahin. Aber ich denke mal, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wer das nächste Video holt. Oder gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.